Ich vor kurzem zu einem Freund von mir. Kennst du Michael Buchinger? Das ist doch der Schwule, oder? Ja genau, fang genau jetzt zum Rasenmähen an. Furchtbar, dieser Nachbar. Das ist das Einzige, was dieser Person dazu eingefallen ist. Die Sexualität einer anderen Person ist mir sowas von scheißegal. Ciao.